Dann starten wir. Du, ich habe zwar kein Quarkbällchen, aber ansonsten geht es mir ganz gut. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe vom DAW Versteher Podcast. Heute mal aus getrennten Studios. Ich erkläre gleich genau warum, freue mich aber jetzt erst mal, dass ich auf der anderen Seite vom Globus, hätte ich fast gesagt, auf der anderen Seite vom Münsterland zumindest mal meinen lieben Freund die goldenen Ohren von Holtwig sitzen habe. Hallo Björn, freut mich, dass wir uns zumindest auf diesem Wege sehen können. Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Jonas. Schade, dass du nicht den Weg heute nach Holtwig auf dich nehmen konntest. Vor allem, dass du keine Quarkbällchen mitgebracht hast. Das finde ich natürlich sehr schade. Trotzdem freue ich mich sehr, dein strahlendes, lächelndes Gesicht hier über das World Wide Web zu sehen. Und begrüße dich natürlich auch für alle unsere Hörer an den Rundfunk-Empfangsgeräten. Das Wort ist übrigens ziemlich gut angekommen, die Rundfunk-Empfangsgeräte. Neulich im Kommentar unter dem Video. Ja, ja, das ist wirklich hervorragend. Deswegen lass uns dabei bleiben. Und zum Thema Quarkbällchen. Ich habe tatsächlich, ja, ich hätte jetzt einen Bringdienst organisieren können, der dir vielleicht Quarkbällchen mitbringt. Aber ich musste noch ein bisschen mehr den Mund wässrig machen, denn ich hatte eigentlich noch eine Überraschung für heute vorbereitet. Aber leider hat uns oder mir zumindest Corona ja einen Strich durch die Rechnung gemacht, zu dir zu fahren. Denn ich habe Corona im Haus. Meine Frau und meine Tochter sind beide positiv. Und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht genau, ob ich mich heute auch angesteckt haben werde. Von daher dachte ich, lass ich mal das Virus lieber zu Hause. Und wir machen jetzt mal eine Remote-Session. Und ja, können uns ja so aussehen, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber das sorgt natürlich dafür, dass ich folgende Überraschungen, wo ich jetzt hier hingreife, dir leider nicht überreichen kann. Denn ich bin aktiv gewesen und habe gedacht, wenn wir doch das nächste Mal wieder lecker Käffchen oder ähnliches trinken und du ja so eine tolle Maschine hast, habe ich dir eine Tüte Espresso besorgt. Frau Meyers Mischung, das sieht sehr, sehr gut aus. Also Frau Meyers Mischung Espresso wartete darauf, von uns beim nächsten Mal verkostet zu werden. Und ja, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich habe jetzt mal, ich habe sonst immer die Münster-Mischung von der Röstbar genommen und bin jetzt überdies mal auf einen brasilianischen Kaffee gegangen, der eine fantastische Kakaonote hat. Also nur eine Note, der schmeckt dich total kakaoisch, ist auch nicht zähflüssig, ist ja auch kein Espresso, aber so als Kaffee ist das schon eine wunderbare Geschichte und bin da schon total begeistert. Und deswegen bin ich auf Frau Meyers Mischung bei dir demnächst aus der Espresso-Tasse total gespannt und dann auch wieder mit Quarkbällchen natürlich. Da freue ich mich sehr drauf. Vielen, vielen Dank. Wir werden dann im Podcast berichten, wie der Kaffee dann beim nächsten Mal hier aus dem Storia Mastering Studio hoffentlich wieder schmeckt. Wir werden den hoffentlich dann auch live verkosten. Genau, übrigens, ich muss sagen, die letzten Male, wo ich Quarkbällchen eingekauft habe jetzt, wir hatten ja, die meisten Hörer werden das ja mitbekommen haben, immer ein Quarkbällchen-Engpass in den letzten Folgen. Das heißt, entweder du oder ich, je nachdem, wer eingekauft hat, hat ja immer den kompletten Bestand der hiesigen Bäckerei aufgekauft. Ich muss sagen, ich war jetzt ein und näher zweimal Quarkbällchen einkaufen. Also ich esse Quarkbällchen auch außerhalb des Podcasts. Ich bremse auch für Tiere oder was? Ja, ich wollte das ja nur nicht, dass die Hörer denken, ich esse die ja nur, wenn wir uns treffen. Nein, nein, nein. Also so ist es nicht. Auf jeden Fall hätte ich bei den beiden Einkäufen, glaube ich, auch 25 Quarkbällchen oder 30 Quarkbällchen kaufen können. Natürlich. Ja, aber das ist schade, dass das die letzten Male nicht so war. Aber ich blicke in eine rosige Zukunft. Für die nächsten Podcast-Termine werden wir, denke ich mal, wieder ausreichend Quarkbällchen haben. Definitiv. Quarkbällchen-Nachschub auf jeden Fall nicht stoppen. So viel ist schon mal sicher. Wir wollen ja auch nicht vom Fleisch fallen. Apopos vom Fleisch fallen oder vom Getränk fallen. Wir waren ja gerade schon bei einem feinen Getränk. Was sagt dir das Getränk Wutga? Ich weiß, worauf du ihn auswählst, vermutlich. Ich sag's mal, Wutga ist ja die polnische Variante von Wodka und ich glaube, du hast neulich Wodka trinken dürfen. Kann das sein? Ja, genau. Ich hatte die große Ehre, nicht nur mit dem Großmeister auf Polka, dem Paweł Popolski, durfte ich nicht nur Wodka trinken auf der Bühne, sondern durfte auch musizieren tatsächlich. Musizieren? Aber ich kenn Paweł ja etwas länger. Ich hab eine Zeit lang mal sein Management gemacht, aber ich weiß, dass er auf der Bühne Schlagzeug spielt. Jetzt bist du auch Schlagzeuger. Wie geht das zusammen? Ja, der Paweł ist ja nicht nur Schlagzeuger, sondern ist ja ein, wie sagt man das, ein Musikgenie. Also der vermutlich bringt überall was raus, was passendes. Aber Klavier ist mindestens genauso stark bei ihm wie Schlagzeug, Schlagwerk. Er hat doch auch drei Kesselpauken aufgebaut auf der Bühne und ein, was ich sehr witzig fand, auch ein getriggertes Gewürzregal. Das heißt, er hat ein Gewürzregal und wenn er dann auf die verschiedenen vermeintlichen Gläser gehauen hat, hing da hinten ein Trigger dran und dann hatte er ein komplett chromatisches, ja wie ein Glockenspiel sozusagen. Also er hat gesagt, hier, jetzt hau ich mal auf den Pfeffer, bing, jetzt hau ich mal auf den Zucker, bong, so quasi. So klingt der Zucker. Ja, sehr, sehr witzig. Auf jeden Fall hat der Paweł gefragt zu Beginn der Show, ob ein Schlagzeuger anwesend ist im Publikum. Und witzigerweise saßen wir jetzt mit fünf Schlagzeugern nebeneinander, weil ich diese Karte... Ja, alle hachacke dicht. Ja, genau. Weil ich diese Karte geschenkt bekommen habe und zwar von meinem alten Orchester beziehungsweise besser gesagt vom Schlagzeugregister meines alten Orchesters. Wie viel Schlagzeuge hat denn so ein Orchester normalerweise? Ja, so zwischen vier und acht im besten Fall kannst du schon gebrauchen. Aber auf jeden Fall wurde das Konzert wie alles zweimal verschoben, wäre eigentlich 220 gewesen. und die Jungs haben mich dann eingesammelt und dann gab es auch auf dem Weg zum Konzert sicherheitshalber auch schon mal das ein oder andere Getränk und natürlich auch den ein oder anderen Wodka. Und ich sag mal so, bei allen anderen Konzerten wären wir negativ aufgefallen als Publikum. Beim Konzert von Pavel Popolsky natürlich nicht. Wir sind natürlich sehr positiv direkt aufgefallen bei Pavel und hatten direkt ein dickes Stein im Brett bei ihm, sodass er uns den Begrüßungs-Wodka dann auch direkt selber mal gebracht hat von der Bühne runter. Ja, und so ist es dann gekommen, dass ich dann ziemlich am Ende der Show dann auf die Bühne durfte und mit ihm Hey Na Na Na, das berühmte Lied, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, das meistgehasste Lied seiner Oma, die immer gerufen hat Hey Na Na Na. Ja, genau. Und für alle Interessierten, es gibt ein Video. Okay, wo finden wir das? Ich hoffe nirgendwo. Ich hoffe nirgendwo. Okay, dann lade ich das gleich noch in meinem Insta hoch. Besser nicht. Also es war auf jeden Fall sehr witzig, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, wie das dann immer so ist, dann in so einem Moment, wenn du dann da sitzt, auf einem sehr interessant aufgebauten kleinen Kofferschlagzeug, also was wirklich teilweise dann aus einem Koffer besteht und kleinen Trommeln, was mehr so an die Anatomie eines Kinderschlagzeugs erinnert. War dann doch nach dem Genuss von einigen Wodka und anderen diversen Getränken schon eine kleine Herausforderung, da drauf zu spielen. Aber ihr habt auf der Bühne auch Wodka getrunken, oder nicht? Ich war total überrascht, habe ich dir das schon erzählt. Ich kam auf die Bühne und er hat mir erst durch dann wieder so ein Pinnchen in die Hand gedrückt und ich bin jetzt davon ausgegangen, er wird ja nicht auf der Bühne die ganze Zeit Wodka trinken, er wird ja Wasser trinken. Das ist ja auch selber racke dicht. Genau, ich nehme dieses Pinnchen in die Hand und wir stoßen ein und ich denke, was zur Hölle, der trinkt wirklich hier auf der Bühne Wodka. Das ist nicht zu glauben. Oder er hatte nochmal irgendwie eine Ecke, weil es war vom gleichen Tisch, hat er die beiden Gläser genommen. Oder er hatte nochmal so eine Ecke, wo er genau weiß, da ist kein Wodka drin, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich an so einem Abend irgendwie 10 oder 15 Wodka da reinknallt. Kann man nur hoffen, dass er einen Fahrer dabei hat. Die ganze Familie oder der Familie Popolskis ist auf jeden Fall ein extrem musikalischer, aber auch ziemlich lustiger Haufen gewesen. Wir gehen ja aktuell nicht als komplette Familie auf Tour, sondern nur Pavel alleine. Aber es gibt so ein ganz berühmtes Plakat von der Familie Popolskis, wo Achim, also Pavel quasi, Pavel heißt ja eigentlich Achim. Und wo Pavel dann in der Mitte sitzt und drumherum haben wir quasi so letztes Abendmahl mäßig, haben wir dann so, da saßen dann so alle Leute aus der Familie Popolski. Und an der Seite stand dann auch der Bassist, der dann so eine Kiste Bier reingehalten hat. Da war quasi der ungläubige Thomas oder der Judas oder wie man das nennt. Und dieses Foto, das habe ich damals komplett organisiert, das Shooting. Und wir haben da wirklich ein fantastisches Shooting gehabt, bis auf die Tatsache, dass sich der Gitarrist mächtig den Kopf in diesem Fotosudio gestoßen hat und wir den direkt mal ins Krankenhaus fahren mussten. Und das war ein Riesenchaos, aber dieses Bild, wie der Familie Popolski da an diesem Tisch sitzt, quasi letztes Abendmahl mäßig, ist so legendär gut geworden, dass es wirklich jede Mühe wert war. Und die Mucka sind ja auch überall zu finden. Unter anderem der Bassist zum Beispiel, der ist ja unter anderem der Bassist von Stefanie Heinzmann oder bei Vanessa Mai spielt der auch. Und alles Profi-Mucka, die du überall auf der ganzen Welt zu finden scheinst, und die wirklich ein irres musikalisches Verständnis haben, was wirklich fantastisch ist. Deswegen war der Familie Popolski auch so fantastisch, weil eben nicht nur die Idee super ist und das ganze Arrangement und so weiter, die Achim da alle gemacht hat, also Pawel, ich komme immer durcheinander, sondern alle Musiker waren auch wirklich auf Weltklasse-Niveau, was wirklich einen Riesenspaß gemacht hat, der Polka zu spielen. Und wenn du dich ja jetzt quasi in die Reihe einreihen darfst, der Musiker der Familie Popolski, möchte ich sagen, dass das ja von einem Ritterschlag nicht allzu weit entfernt ist, mein Lieber. Ja, du, der musikalische Vortrag an dem Tag hätte, glaube ich, nicht dem entsprochen, was ich sonst geneigt bin, abzuliefern bei musikalischen Anwässen. Aber ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr witzig und es war mir natürlich eine riesige Ehre, da mit dem mit dem Pawel-Achim da auf der Bühne zu musizieren. War auf jeden Fall sehr witzig, ja. Ja, für Leute, die die Verbindung nicht hinkriegen zwischen Pawel, Popolski und Achim, schaut euch mal im Internet, gebt einfach mal Hurz ein und sucht mal nach Happe-Kerkling-Hurz, da gibt es einen Pianisten am Klavier, der die ganze Zeit sagt, maybe we should repeat the first part of the... Und das war Achim, der dann da damals Klavier mit Happe gespielt hat und heute als Pawel Popolski nicht minder erfolgreich ist. Das muss man wirklich so sagen. Also wirklich fantastischer. Der Ansatz ist wirklich klasse. Ich kannte den Ansatz eigentlich schon. Den gab es nämlich früher mal von einer Kapelle, die nannte sich Fred Kellner und die famosen Soul Sisters. Und die haben die Geschichte erzählt, dass Fred Kellner quasi die Musik erfunden hat. Also jegliche Art von Musik. Und die haben das vor 30 Jahren schon gemacht. Ja, es ist ziemlich genau 30 Jahre her. Und Sängerin bei dieser Fred Kellner und die famosen Soul Sisters war unter anderem Anke Engelke. Ah, ja, okay. Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Genau, habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Der war schon mal irgendwie gesehen oder sowas, ja. Ja, ich bin 1993 beim legendären Soul-Weltrekord gewesen. Ich glaube, 28 Stunden Soul am Stück im Café Hahn, ein berühmtes Café in Koblenz, was heute immer noch existiert. Okay. Ich begrüße an Berti Hahn an dieser Stelle, der den Laden seit x Jahren schmeißt und betreibt und so weiter, wo ich auch früher aufgetreten bin, ganz oft. Fantastisch. Da habe ich übrigens, nicht im Café Hahn, sondern in der blauen Bibel, das war ein Comedy-Club, der erste deutsche Comedy-Club in Deutschland, da auch in Koblenz. Da habe ich zum Beispiel das erste Mal Mario Barth gesehen, 1992. 92. Nee, nicht 92, 96. Entschuldigung. 96, 97? 97. Habe ich Mario, glaube ich, das erste Mal da gesehen. Da die Ecke. Oder war es noch später? Ach, die Zeit verwendet. Ich werde total bekloppt. Ja, und wenn man schon so viel erlebt hat wie du, dann kann man da ja auch mal so ein paar Daten durcheinander schmeißen. Ja, so viel erlebt, da kann ich eine schöne Anekdote von meinem Sohn erzählen. Wir sind ja nun mal jetzt gerade Strohwitwer bei beiden, weil die beiden Mädels ja nun mal positiv sind und dementsprechend vom Rest der Familie separiert. Da sind wir also gestern Abend beim Abendessen zusammen. Der Sohn kam vom Fußball und guckte mich dann so an, ganz ernst und sagt, Papa, ich habe überlegt, du hast ja schon eine ganze Menge durchgemacht. Durchgemacht? Ich denke, was kommt denn jetzt? Der wird jetzt 10 Meter. Ich sage, durchgemacht? Naja, ich habe mal kurz gerechnet, du bist ja schon über 50 Jahre alt und du hast ja dann schon viel von der Welt gesehen. Ich sage, ja, dann meinst du aber nicht, dass ich viel durchgemacht habe, dann meinst du, dass ich viel erlebt habe und das war aber in seinem hier noch nicht verdrahtet, dass viel durchmachen und viel erleben, dass es nicht das Gleiche ist an der Stelle. Ich habe aber erst mal kurz gesessen, so einen kurzen Blutsturz irgendwie gedacht, was habe ich denn alles? Also ja, ich habe einiges durchgemacht, wie jeder auch, der irgendwann mal 50 Jahre alt werden darf, irgendwie, aber das, wie kommt der jetzt darauf? Es war eine, eine ganz klassische Wortverwechslung, einfach nur so ein, so Dinge, die am Abendbrottisch einfach mal passieren. Ich habe viel durchgemacht. Deine Geburt, die Geburt von deiner Schwester. Ich bin selber auch geboren worden, weil es war da los. Das waren doch ganz andere Zeiten, damals in Kursfeld. Und von deiner Geburt, dass ich meine Hand überhaupt noch benutzen kann irgendwie. Deine Mutter hat ja zugegriffen. Was meinst du, was da los war? Ich konnte vier Wochen keine Gitarre spielen. Apropos Gitarre, mein Lieber, hast du schon meine edle, rote irgendwas Gitarre, hast du dich da schon mal widmen können? Also ich stehe zumindest schon mal im Warmen nebenan in meiner Einsinge, aber ich bin tatsächlich noch nicht weiter dazu gekommen, sie zu bearbeiten, aber ich habe das definitiv auf dem Plan. Ich muss noch mal überlegen, wann ich das genau hinkriebe. Björn hat mir nämlich für alle, die es nicht wissen, eine alte SG gegeben und die wartet darauf, von mir neue Seiten zu bekommen und dann einmal adäquat bespielt zu werden, möchte ich behaupten. Aber ich glaube, dass ich dann tatsächlich, bevor ich sie dir da auch wieder refurbished quasi zurückgebe, dass ich dann damit auf jeden Fall nochmal mit meinem Marshall hinter mir nochmal einen AC-DC-Track einspielen muss oder zumindest ein Soundalike von AC-DC, weil eine SG ist tatsächlich, ich habe eine SG, aber eine von Yamaha und die Yamaha SG ist eine andere berühmte Gitarre, die auch SG heißt, auch ähnlich geformt ist, aber tatsächlich, ich kann ja mal kurz aufstehen, wir sind ja für die Leute, die uns bei YouTube zuschauen, kann ich sie mal eben kurz von der Wand nehmen. Für alle anderen, die uns zuhören, beschreibe ich die Gitarre einfach mal. Das ist eine Yamaha SG, die ist von der Form her ähnlich, ich halte sie mal ein bisschen näher ran an die Kamera, damit auch die Leute das sehen können, ähnlich wie eine Gibson SG, aber die Yamaha SG ist damals, mein Gesicht aus dem Bild nehmen, die Yamaha SG ist damals dann von Yamaha aufgelegt worden und in der teuersten Variante sehr berühmt geworden, als Carlos Santana darauf unter anderem Songs wie Samba Partie gespielt und so weiter. Also Carlos Santana hat eine Yamaha SG gespielt und ich hatte in den frühen 90ern auch eine, habe die dann irgendwann verkauft und habe dann aber entschieden, ich möchte die definitiv wieder haben. Aber die Gibson SG ist halt deutlich flacher, leichter und dementsprechend auch für nicht so kräftige Menschen zu spielen. Jetzt möchte ich nicht behaupten, dass Angus Young nicht kräftig ist, ganz im Gegenteil, aber Angus Young ist relativ klein und wenn die Yamaha SG an ihm groß aussieht, dann muss man feststellen, die Gitarre ist wirklich nicht groß, dann muss er wirklich sehr klein sein oder sagen wir kurz, weil er ist ja einer von den ganz Großen. Also über Angus und Malcolm Young brauchen wir gar nichts sagen, das sind die Erfinder des Groove und ich habe auch wenig Bands gehört, die das tatsächlich hinstellen können, was ACDC machen können, definitiv. Aber das nur am Rande, sonst kommen wir gleich wieder auf meine ultimative Lobhudelei, was das angeht. Aber ich darf dir was verraten, lieber Björn. Wir haben ein paar Fragen bekommen aus der Community und viele Leute haben geschrieben, wann und wo sie den Podcast hören. Vielleicht lieber Zuhörer, lieber Zuschauer hier bei YouTube, schreib doch mal unten in die Kommentare vom Video, wann und wo du diesen Podcast hörst. Und ein Mensch, der mir geschrieben hat, dass wir zur Sonntag-Morgen-Routine im Bett gehören, der liebe Carsten, Grüße an dieser Stelle, hat mir auch eine Frage gestellt, die mich tatsächlich auch bewegt hat in letzter Zeit. Denn auch wenn ich eine ganze Menge Mixing-Skills wirklich gut drauf habe, scheitere ich, und die Frage geht nämlich deswegen auch an dich, scheitere ich ganz oft an der Kontrolle meiner Transienten. Das heißt, ein knackiges, für mich richtig knalliges Schlagzeug hat halt wirklich fette Transienten. Wenn ich den Song aber dann nehme und mit dem Limiter laut machen will, oder wenn ich den zu dir zum Mastern schicken würde, dann wäre halt der Unterschied zwischen dem Nutzsignal und den Transienten schon so hoch, dass der Limiter quasi ständig limitieren würde, ohne dass er ans Nutzsignal rankommt irgendwie. Und die Kontrolle von Transienten finde ich persönlich schwierig, ich weiß, wie es geht ungefähr und ich tüftel mich jedes Mal wieder durch mit Clip-Shiftern oder Clippern generell, mit Kompressionen. Aber ich finde, die machen alle diesen knalligen Schlagzeug-Sound kaputt. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich meinen bevorzugten knalligen Schlagzeug-Sound haben wollte, müsste ich aus meiner aktuellen Wahrnehmung darauf verzichten, den Song laut zu machen. Jetzt geht aber die Frage an dich als Mastering-Ingenieur. Du hast ja quasi täglich damit zu tun, Transienten einzufangen und trotzdem Songs laut zu machen. Wie machst du das? Ja, also im Prinzip hast du schon viele Möglichkeiten genannt. Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was das für ein Transient ist. Klingt jetzt so ein bisschen komisch. Transient ist transient, ja. Erstmal ist es ein Impuls. Also der Impuls eines Signals, meistens dann eben gerade bei Schlaginstrumenten oder sowas. Aber natürlich hat auch eine Gitarre oder ein Bass oder was auch immer natürlich einen Transienten. Die verhalten sich natürlich anders, weil auch die Transienten verschieden lang sind und auch ein Transient eine Einschwingphase hat und all solche Dinge. Ich will ja jetzt nicht zu nerdig werden, aber wie du schon gesagt hast, ich würde immer versuchen, mit möglichst vielen Dingen dafür zu sorgen, die Transienten beziehungsweise das Peak-Level, also ich sag jetzt mal, wenn dein Schlagzeug irgendwie ein Peak-Level von minus zwei hat an der lautesten Stelle oder das dauerhaft, keine Ahnung, die Bass-Drum oder die Snare in den meisten Fällen ja dann ist, dass du das da hast, dann würde ich halt schauen, dass ich da mit dem Clipper zum Beispiel rangehe und mit dem Clipper da ein, zwei, drei dB abfange. Das kannst du ja zum einen auf der Snare-Drum-Spur machen, das kannst du dann in nächster Instanz auch wieder auf dem Drum-Bus machen und in nächster Instanz vielleicht auch wieder auf dem Master-Bus. Oder im Mastering oder wie auch immer. Das ist so ein bisschen dieser Ansatz, wie auch, dass du generell beim Mastering halt, also ich würde niemals einen Limiter einsetzen, der 10 dB Game Reduction macht. Selbst wenn ich jetzt, warum auch immer, so viel Lautheitsunterschied haben möchte zum Mix. Sondern ich würde das immer mehrere Tools machen lassen, weil es gibt immer Punkte, wo die Verzerrung, die erzeugt wird oder sowas, nicht mehr schön wird oder hörbar wird oder wie auch immer. Und so ist das auch. Es gibt allerdings einen Nachteil bei dieser Geschichte, dass man sagt, ich gehe auf die Snare-Spur, ich gehe auf die Ramm-Gruppe, ich gehe auf den Master-Bus oder ich gehe auf den Mucke-Bus oder wie auch immer, wie du jetzt also an verschiedenen Stellen das zu machen. Da sind wir wieder bei dem Thema, was definitiv viel zu technisch ist, wenn man darüber, wenn man das im Detail nennen möchte. Aber es geht ja dann darum, dass diese erzeugte Verzerrung, diese erzeugten Obertöne, sich ja irgendwann, naja, multiplizieren sozusagen. Also es wird immer mehr. Da haben wir, glaube ich, in einem der ersten Podcasts noch drüber gesprochen, wo auch so ein paar verunsicherte Kommentare bei YouTube dann kamen, wo es um diese, jetzt komme ich gerade auch gar nicht auf den Begriff, wie das nochmal heißt, dass ja dann im Prinzip Obertöne und Frequenzen erzeugt werden, die nicht der Tonart oder der Tonalität des Songs entsprechen. Also nicht harmonische quasi. Ja, ja, genau. Ich müsste jetzt gerade selber, komme jetzt auf den Begriff nicht, irgendeiner wird sich. Ist ja auch Wumpe. Irgendeiner wird sich. Ist ja auch Wumpe. Aber es ist tatsächlich dann so, dass der Idealfall dann ist, dass man mit einem Clipper, mit einem Kompressor, kann man mit Kompressoren auch gut Transienten abfangen. Also ein Limiter ist ja ein Kompressor mit einer maximalen Ratio quasi eingestellt und in einer sehr schnellen Reaktionszeit. Ein Kompressor müsste ja, wenn man den auf den schnellsten Wert stellt, auch zumindest in der Lage sein, 2, 3 dB abzufangen, oder? Theoretisch schon. Nur du musst halt schauen, dass die meisten Limiter, gerade digitale Limiter, haben ja noch eine Look-Ahead-Funktion. Gibt ja mittlerweile auch Kompressoren, die das haben. Das heißt, wenn du wirklich, da reden wir ja dann über True Peaks oder Inter-Sample-Peaks, wenn du die wirklich abfangen willst, dann musst du ja mit Look-Ahead, arbeiten. Das heißt, du musst das Signal ja vorher analysieren, damit du weißt, dieser Moment, der jetzt kommt, da muss ich jetzt so und so stark zugreifen. Das können auch Kompressoren, definitiv. Es ist halt immer die Frage, also es gibt ja zwei verschiedene Ansätze. Entweder sorgst du dafür, dass der Transient kleiner wird, also dass du das Peak-Level reduzierst, damit der Abstand zwischen Peak-Level und Energie, also zwischen Nutzsignal, kleiner wird. Oder du sorgst dafür, dass das Nutzsignal höher wird, also dass der RMS-Pegel erhöht wird und das Peak-Level gleich bleibt. Kannst du ja auch machen. Das wäre ja dann ganz klassisch ein Kompressor, der halt mit einer langsamen Attack-Zeit den Transienten durchlässt. Schnell Release. Genau, und dann alles andere dafür eben nach oben holt. Das wäre auch ein klassischer Ansatz, das zu machen. Deswegen, man kann das nicht pauschalisieren, sondern man muss immer den Ansatz sehen, wofür das ist. Der größte Fehler ist, glaube ich, dass viele halt irgendeinen Tool, einen Kompressor oder einen Limiter haben, der super, super, super viel arbeitet, auch auf der Summe oder sowas, und der einfach alleine völlig überfordert ist mit dem Aufwand, den er zu betreiben hat. Und gerade bei Transienten, umso schneller der Song ist, also umso mehr Transienten hintereinander ja kommen, umso verwaschener wird dein Signal im Zweifel, wenn du es durch zu starke Kompression oder durch zu starkes Limiting dann irgendwie versuchst, in den Griff zu kriegen. Kann natürlich aber auch soundästhetisch gewünscht sein. Gibt ganz viel, wo das hörbar ist, hörbare Kompression, klar. Ja, ja. Und True Peak hast du gerade schon angesprochen, war ganz lustig. Ich habe gestern, ich habe es nie richtig nachgemessen, mal was so echte True Peaks machen oder sonst was irgendwie. Man hat ja, ich kann ja im Julien-Lautnismeter kann ich mir anzeigen lassen, was so meine maximalen True Peaks sind. So, jetzt habe ich gestern ein File ausgespielt als Wave-File und habe da minus 1 dB gehabt für meine True Peaks, wurden angezeigt im Julien. Und ich habe das File aber als Wave-File ausgespielt und als MP3. Und der Carsten hatte auch dahingehend eine Frage gestellt, wie er die True Peaks unter Kontrolle kriegt. Er müsste seinen Limiter auf minus 1,5 Threshold stellen, damit er überhaupt irgendwie halbwegs hinkommt. Deswegen war das, was wir gerade schon erzählt haben, schon relativ wichtig, Transienten überhaupt erst mal abzufangen. Aber ich habe dann gestern halt dieses File ausgespielt, einmal als Wave und einmal als MP3 und habe die dann spaßeshalber danach mal in meinen Julien reingezogen. Ich habe die gekaufte Version, habe ich mir mal gegönnt. Ich habe gedacht, der Julien, der hat mir schon, also der Programmierer heißt ja auch Julian und der hat mir schon so viel Zeit gespart und so ein tolles Tool dahingestellt. Da habe ich gedacht, komm, die 30 Euro, die soll er dann auch haben, wenn er so ein tolles Ding programmiert. Und habe dann im Gegenzug halt auch die Standalone-Version bekommen vom Julien, wo man dann einfach mal so eben so Dateien reinziehen kann und der rauscht die dann einmal durch und misst dann halt quasi, wie die sich verhalten, Lautheit und so weiter und so fort. Und da war es dann halt wirklich gestern sehr witzig, dass ich beim Wave-File minus 1 dB hatte und beim MP3 minus 0,3. Ja, das ist ganz normal. Das ist halt diese Konvertierung, die da vorliegt. Also wir haben einen verlustbehafteten Codec oder generell diesen MP3-Codec dahinter. Und deswegen steigt da nicht nur der True-Peak-Wert, sondern eben auch der Sample-Peak-Wert, also der digitale Peak-Wert steigt auch dadurch an. Ähm, da gibt's keinen ultimativen Tipp. Also den einzigen Tipp, den ich geben kann, besorgt euch Isotope RX. Ähm, weil in Isotope RX gibt es die Möglichkeit, wenn du zu verlustbehafteten Formaten konvertierst, also zu MP3 oder OGG oder benutzt das überhaupt noch jemand? Egal. Zu all diesen ganzen verlustbehafteten Sachen konvertierst, kannst du da noch mal, ähm, zusätzlich einen Limiter beziehungsweise auch eine Normalisierung einstellen. Ähm, das, äh, das heißt dann Prevent Clipping, heißt die Option, also Clipping vermeiden. Und dann gibt's diese zwei Möglichkeiten, dass er entweder noch mal einen Limiter einsetzt. Ähm, hab ich noch nie so drauf geachtet, ob der jetzt so großartig dann auch soundtechnisch eine Veränderung bringt, weil, ähm, ich sag jetzt mal, MP3-Dateien, die ich erstelle, die sind ja nie, die werden ja niemals veröffentlicht oder sowas. MP3-Dateien, die ich erstelle, sind, äh, im Zweifel, weiß ich nicht, dafür, dass sich die, der Künstler oder so sich dann eben hin und her schickt, äh, mit, mit seinem Produzenten oder per WhatsApp oder, oder per E-Mail mal eben oder sowas, ne? Ähm, das heißt, da ist mir das relativ wurscht, da ist mir nur wichtig, dass es eben keine Übersteuerung, äh, äh, gibt. Und, wobei, ich hatte jetzt ein Album, ähm, ähm, bekommen, ähm, was schon gemastert war, also das hat der, der Produzent und Mixing-Engineer hat es schon gemastert, jetzt wollte die Band und das Label wollte das gerne so haben, dass das, ähm, Produkt aus einer Hand kommt, also, dass es nicht nochmal die Kommunikation gibt, okay, das ist jetzt der fertige Mix und den schicken wir jetzt zum Mastering-Engineer und dann haben wir nochmal wieder, äh, äh, irgendwie, äh, so ne, äh, so ein Feedback hin und her, so ein Ping-Pong. Ja. Ähm, ist okay, gerade in der Art von Musik, das ist halt so, so Industrial Metal, also so Rammstein-mäßig in die Richtung, ähm, und da ging's jetzt aber einfach nur darum, dass der Produzent gesagt hat, ja, hör halt mal rein, bitte gib mir mal Feedback, äh, generell dazu, also im Prinzip sowas wie ein, ähm, ja, nicht als hätte ich selber gemastert natürlich, aber schon so, er wollte halt diese Instanz sich nicht nehmen lassen, obwohl er es nicht nochmal zum Mastering schicken durfte. So, ne, ähm, was ganz interessant war und die Feinds waren... Die goldenen Ohren von Holtwig eben. Ja, genau. Und, äh, die Feinds waren auch alle komplett übersteuert, also teilweise 2,6 irgendwas DB Two Peaks, äh, was ich da bekommen hab, ähm, war aber definitiv nicht hörbar. Ja, also in dem Zusammenhang, ich hab, äh, ich nehme jedes Jahr in der Jury vom Deutschen Rock-und-Pop-Preis auf, äh, äh, Teil, also bin Teil der Jury im Deutschen Rock-und-Pop-Preis, der jedes Jahr eigentlich in Siegen vergeben wird, wo ganz viele Bands und Musiker ihre Songs hinschicken und hab dann halt jetzt auch zum dritten Mal, glaub ich jetzt, zum zweiten, zum zweiten Mal jetzt digital dran teilgenommen, weil wir als Jury nicht zusammenkommen können und wir auch nicht wissen, ob wir uns dann in Siegen treffen können im Dezember, also kriegen wir von, von dem, äh, Deutschen Rock-und-Pop-Preis-Komitee, kriegen wir dann die Songs zugeschickt und machen dann unsere Notizen vergeben, unsere Anmerkungen und so weiter und so fort und ich kriegte den ersten Song und schmiss den in meinen Videoland-Client rein und dachte, Teubel, äh, ist der laut irgendwie, das, äh, verzehrt auch total und hab in meinen Kommentar auch direkt reingeschrieben, Song ganz okay, irgendwie aber total verzehrt und hab den dann in den Julian reingezogen, plus 2,6 dB True Peak und hab gedacht, boah, also da haben sie es aber echt übertrieben, zieh den nächsten Song rein, der auch drüber, der nächste, der auch drüber, der nächste auch drüber, ich hab, glaub ich, von 50 Songs, die ich mir angehört habe, waren nur zwei unter 0 dB mit den True Peaks und dann war ich mir nicht mehr sicher, ob das vielleicht im Prozess, ob da vielleicht Wave-Dateien ans Komitee geschickt werden und bei denen der MP3-Komprimierer durchgetickt ist oder ob das tatsächlich von denen so gebastert wurde, aber da ist mir auch bei einigen tatsächlich genau das aufgefallen, was du gerade auch gesagt hast, manchmal hört man's einfach gar nicht, manchmal gehört's auch zum Sound und manchmal denkst du, boah, Alter, das ist komplett verzehrt, das könnt ihr nicht machen. Das kommt aber drauf an, was da wieder zugrunde liegt. Meistens ist diese Verzerrung schon in den, also die ist auch schon unter 0 dB da, ja, sozusagen, ne, äh, die kommt dann meistens durchs Limiting oder sowas, die kommt nicht dadurch, dass Troopics entstehen, aber dadurch, äh, und das ist halt etwas ganz Wissiges, was viele Leute nicht verstehen, ja, wenn ich in meinem Studio höre, dann hör ich da nix Negatives, was Verzerrung angeht. Ja. Ja, dann hör dir das mal auf dem Handy-Lautsprecher an. Ja. Ne, oder auf deinem, was weiß ich auch immer, Küchenradio, schlammig do, ne, auf deiner Boombox oder so, äh, da wirst du, wenn es hörbare Verzerrungen gibt, ähm, die dann durch einen viel, 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 viel schlechteren, ähm, äh, digital-zu-Analog-Converter in deinem Handy oder wo auch immer laufen, ne, und eben auf Lautsprechern, die einen sehr, sehr begrenzten Frequenzbereich haben, ne, das heißt, ähm, ganz viel Verzerrung oder auch Geräusche, ähm, wo ich als Mastering-Engineer total austicke, äh, irgendwie Klickser und Knackser und Schmatzer und weiß ich nicht, ähm, hören ganz, ganz viele, äh, Leute gar nicht, ja, weil sie verdeckt werden. Nehmen sie nicht als störend wahr, vielleicht. Entweder das oder weil sie eben total überdeckt werden auf ihrem System auch, weil sie gewisse Frequenzbereiche eben deutlich weniger hören oder sowas, ne, ähm, und so ist es eben auch mit, mit True Peaks, mit der Verzerrung, die dann entstehen kann. Natürlich, also, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal wetten, guck dir die Top 100 Single Shards in Deutschland an, ich würde wetten, bei 50 Prozent der Stücke hast du auch einen True Peak, der über Null ist, ja, und das, äh, das ist nicht nur jetzt die deutschen Shards, sondern generell, ne, viele sagen, juckt mich halt nicht, ne, der, der Künstler oder das Label möchte da die maximale Lautheit rausgepresst haben und diese 1 dB Luft, die ich da mache, die müsste ich dann erstmal irgendwie, äh, vorher wieder aufholen, ähm, Limiting oder, oder wie auch immer, äh, oder durch Kompression, äh, und das will ich nicht, deswegen, in Anführungsstrichen, auf gut Deutsch gesagt, scheiß ich da drauf und stelle das halt so ein, völlig okay, kann man ja auch machen, ich meine Gott, wenn's, wenn's vernünftig klingt, ist ja alles gut. Aber ich wollte gerade sagen, das heißt das im Umkehrschluss dann quasi, wenn's Form, wenn's, wenn's okay klingt, also wenn's nicht verzerrt, wenn ich's ganz normal ausspiele und dann True Peaks mir einhandle und dann, dann sind die wahrscheinlich weniger hörbar, als wenn ich sie vorher schon vorm Limiter habe und, äh, das, was du gerade schon gesagt hast, äh, und die dann einfach nur nochmal negativ verstärkt werden durch diese. Ja, klar, ist ja dann auch, du weißt ja, also so richtig klar, weißt du auch nicht, was macht denn am Ende der Distributor auch damit, ne, also welches Format ist das dann ganz genau, was dann irgendwo ankommt, ne, auch wenn dann da überall jetzt HD und Ultra HD steht und so, die Leute, aber trotzdem vielleicht auch irgendwo im Zug sitzen und scheiß Internetverbindungen haben oder sowas, man darf das dann nie vergessen, ich bin immer der Meinung, alles, was du selbst in der Hand hast, das sag ich ja immer, wenn's um Sample Rate Conversion und Dizzy Wing und keine Ahnung was geht, alles, was du selber in der Hand hast, solltest du immer bis zum Letzten so gut wie du kannst immer abliefern, alles, was du nicht selbst in der Hand hast, da kannst du dich auch nicht drüber aufregen, nur wenn ich ein File halt abgebe, wenn das Wave-File halt schon einen dB-Trupeak hat, dann kann ich mir sicher sein, dass das bei einer Konvertierung zu einer MP3, die, weiß ich nicht, 96 oder 128 Kilobits per Second hat, dass das mit Sicherheit dann drei dB-Trupeak sind am Ende, ob das dann hörbar ist, ob sich da jemand drüber echauffiert, der mit seinem Handy Mucke hört oder wie auch immer, weiß ich nicht, ja. Aber da gibt's doch an der Stelle, gibt's da nicht ein Plug-in, mit dem man dann diese verschiedenen Formate dann auch mal testhalber checken kann, da gibt's doch, glaube ich, von Metric AB oder so ähnlich, gibt's doch so ein Plug-in, mit dem man sich auch vorspielen lassen kann, wie ein Song klingt, wenn man den in dem und dem Format ausspielt, oder nicht? Ich glaube ja, ich müsste dieses Streamliner, kann das sein? Ja, irgendwie sowas. Irgendwas tickt auch in meinem, ich hab's auch nicht, aber irgendwas tickt in meinem Kopf, dass es so eine Simulation quasi gibt, mit der man sich dann quasi das nochmal so unter den und den echten Bedingungen quasi simuliert, nochmal anbauen kann. es gibt auch ein ganz altes Plug-in von Sonox. Und das ist, das heißt Fraunhofer Codec. Das ist tatsächlich vom Fraunhofer-Institut, mitentwickelt oder wie auch immer. Und da hattest du auch, das ist schon, weiß ich nicht, wie alt das ist, diese Sonox-Plug-ins, die sind ja ziemlich alt. Die sehen zumindest so aus. Ja, die sind ja auch wirklich bestimmt 15 Jahre alt oder so, würde ich jetzt mal behaupten. Auf jeden Fall konntest du da dann auch schon MP3 und AAC und keine Ahnung was dir vorspielen lassen in Echtzeit. Ja, okay. Also was die wenigsten ja wissen ist, das Fraunhofer-Institut in Deutschland hat tatsächlich diesen MP3-Kodec entwickelt, damals als Format, um zu gucken, ob man verlustbehaftet, dann in dem Fall möglichst gut klingende Musik hinkriegen kann. Und tatsächlich, ich erinnere mich dunkel, dass ich mal die Geschichte davon gelesen habe, derjenige, der sich das ausgedacht hat, der ist nicht Lizenz beteiligt. Also der ist jetzt nicht stinkereich geworden. Das ist so wie der Typ, der die E-Mail erfunden hat. Wenn der pro verschickter E-Mail nur 0,0000001 Cent bekommen würde, wäre der reicher als Elon Musk und Bill Gates zusammen. Aber die Jungs auf dem Fraunhofer-Institut haben quasi sich diesen Codec ausgedacht und dann haben die damit die erste, ich glaube, die haben so ein klassisches Stück damit exportiert oder haben diverse Stücke exportiert und bei einigen funktionierte das und bei anderen nicht. Und dann haben sie sich halt gefragt, warum das nicht funktioniert und mussten dann auch im Bereich Dithering auch mit Rauschen irgendwie arbeiten, um es dann hinzukriegen, dass der Codec tatsächlich überall gut funktioniert. Müsste ich nochmal genau nachlesen, wie das damals gewesen ist. Aber wie gesagt, die haben keinen Cent an diesem Ding verdient. Echt bitter, ja. Das ist ja auch echt super gelaufen. Ohne MP3 wäre die moderne Musikwelt ja quasi gar nicht vorstellbar. Also natürlich gibt es heutzutage neuere Formate, die deutlich besser komprimieren können, auch verlustfrei komprimieren können, auf ein hohes Maß runter. Aber damals MP3 ist ja im Prinzip ähnlich wie der Buchdruck, hat er ja eine komplette Industrie, eine komplette Wahrnehmung, eine komplette Welt verändert. Das ist schon crazy. Absolut. Apropos, wo du gerade sagtest, Beseinigung 0,000000, irgendwas Cent. Hast du schon die Spotify-Dokumentation, kann man nicht sagen, es ist eine Serie über Spotify bei Netflix gesehen? Das ist doch... Nee, ich... Man könnte auch mal... Also hast du die Spotify über Netflix auf deinem, weiß ich nicht, Kindle-Feier-Amazon? Ich bin ja froh, wenn ich jede Woche meinen Böhmermann gucken kann, wo er wieder mal irgendeine Peinlichkeit aufdeckt und auch wirklich mega aufdeckt. Ich bin ja ein Riesenfan von Jan Böhmermann. Ich fand den früher richtig kacke, als er bei 1Live noch seine Rubrik als Lukas Podolski hatte, aber bin danach wirklich Fan von ihr. Ja, der hatte früher... Der Lukas, ne? Hat er bei 1Live im Radio so eine Radio-Doku gemacht, beziehungsweise eine Radio-Comedy war das. War eigentlich lustig, aber irgendwie hat sich mir das nicht erschlossen. Aber das, was Böhmermann heutzutage im ZDF... Wer ist das? ZDF-Magazin Royale macht, ist wirklich jedes Mal wirklich eine Sensation. Seine Performance, die Aufarbeitung von der Redaktion, die finden immer irgendeine Sauerei, irgendwo, die einfach aufgedeckt werden muss. Das Köln-Ehrenfeld-Rundfunkorchester ist eine Sensation, finde ich. Das Orchester, was er da im Hintergrund sitzen hat, ist eine Sensation. Im Vergleich zu übrigens der Band, die bei Joko und Klaas spielt, die ich überhaupt nicht gut finde und der alteingesessenen Rap-Band, beziehungsweise TV-Total-Band, die natürlich eine gute Band ist, das sind ja gar nicht mehr die... Wie hieß die Band denn noch? Doch, das sind die Heavy-Tones. Das sind ja genau die Heavy-Tones, aber früher als Herb dann noch am Schlagzeug saß, übrigens auch aus dieser Koblenzer Clique, hat früher bei Fred Kellner Schlagzeug gespielt, um da mal einen Bogen zu schlagen, haben die mir noch besser gefallen. Aber das Köln-Ehrenfeld-Rundfunk-Staats-Landesorchester oder wie es genau heißt, ist wirklich ein sensationelles Orchester, eine super Band, die wirklich... Immer wenn die Gäste da haben, freue ich mich... Ich hab die mal mit Dendemann gesehen. Dendemann ist da aufgetreten und hat da performt irgendwie. Das war wirklich richtig gut. Und wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von Böhmermann und freue mich zumindest, wenn ich das einmal die Woche sehen kann. Aber jetzt muss ich mir mal gleich was auf die Checkliste draufschreiben. Erzähl mal kurz, worum es geht bei Spotify. Ja, also die Serie heißt The Playlist. Ich hab jetzt auch erst, ich glaub, drei Folgen geschafft. Es ist so aufgebaut, dass es immer um eine Person geht. Also quasi die Firmengründungsgeschichte aus Sicht einer Person. Ging halt mit dem los, der die Idee hatte. Wusste ich auch gar nicht, dass das ein Skandinavier, ich glaub ein Norweger ist. Und dann geht es um den Label-Chef. Ähm, das war da, der war damals bei Sony. Sony hat aber abgelehnt. Das ist dann, also damit geht's dann weiter. Sony hat abgelehnt. Ähm, dann geht es einmal um die Firmenanwälten, die dann überhaupt erst mal dieses Konstrukt schafft, dass das überhaupt, weil das war ja, es gab ja überhaupt keine Rechtsgrundlage für Musikstreaming. Ne, die wurden behandelt am Anfang wie, ja, sie wollen Radio, einen Internetradiosender gründen. Nein, nein, nein. Also, ähm, dann geht es um die Anwältin. Das sind jetzt die drei, die ich gesehen hab. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaub, dann gibt's noch einmal, eine Folge ist aus der Sicht einer Künstlerin, äh, was wiederum eine Freundin, also eine gute Freundin von diesem Gründer, ist eine Schulfreundin oder so. Und dann gibt's noch zwei weitere Folgen. Da bin ich jetzt gespannt. Äh, hatte ich leider jetzt auch keine Zeit und keine Möglichkeit mehr weiterzuschauen, aber ich schätze, ich werd das... Aber ist das wirklich Inside? Also gibt's wirklich auch dreckiges Wissen oder sonst was? Oder ist das einfach nur eine Doku, äh, so, als wenn die auch bei Bayern München in einer, in einer Kabine mit sind und mal... Also es ist keine Dokumentation im klassischen Sinne. Es ist schon geschauspielert, ne? Also, äh, es ist eine Serie, äh, darüber, was davon jetzt eins, ob das jetzt alles eins zu eins genau so passiert ist, weiß ich nicht. Das wäre jetzt gefährliches Halbwissen von mir, zu sagen, das war genau so. Wie bei The Crown. The Crown ist auch nah am Original, aber eben nicht das echte englische Könighaus. Äh, kenn ich nicht, die Serie, keine Ahnung. Äh, also... Da müsste ich meine Freundin fragen, die kennt das wahrscheinlich. Da müsstest du dann deine Freundin mal fragen. Genau, äh, die ist ja so, äh, Royal-Fan auf jeden Fall. Ne, aber was davon stimmt, weiß ich nicht, ist aber auf jeden Fall interessant, alleine zu sehen, ähm, selbst wenn davon, sagen wir mal, wenn das auf wahren Begebenheiten beruht. Klar, die werden jetzt nicht jede Konversation eins zu eins der Original nachgestellt haben. Aber ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das genau so war, weil die sitzen dann da, also, äh, in der ersten Folge ist es, glaube ich, äh, oder so, er und sein, sein Geschäftspartner, sein Geldgeber, die sitzen halt dann in diesem, ähm, äh, ja, in Deutschland wäre das ja dann die GVL, also die, äh, Verwaltung der Musiklizenzen und Musikrechte, ne, in Schweden. Genau, ist nicht Norwegen, sondern Schweden. Und dann sitzen halt in so einem, ja, so wie man sich das vorstellt, wenn, ja, wenn wir halt, äh, im Finanzamt, äh, hinter Dupfingen irgendwo auf dem Flur sitzen und warten, vor, vor 20 Jahren halt, ne, in so einem alten, ranzigen, öffentlichen Gebäude halt, wo dann, äh, dir dann, äh, äh, so eine, so eine Mitte 50-jährige Dame gegenüber sitzt, äh, die dir jetzt erklärt, was die Zukunft der, der Musik ist, äh, irgendwie. Und es geht halt immer wieder darum, das müsste ich tatsächlich mal nachschauen, ob das wirklich so ist. Es geht immer um einen, ähm, Anbieter, der Musik, äh, kostenlos zum Download anbietet. Also das war ja damals, ähm, was war das, dieser riesige Schreibt Metallica gegen, wie hießen die? Ähm, dieser File-Sharing-Dienst. Torren. Achso, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, äh, wo, wo früher, äh, die, die Dateien dann zum Runterladen. Ja, ja, genau. Und das, da, das kommt dann. Oder sonst was? Ja, kann sein. Äh, da ist das halt. Die, äh, Plattform, ja. Ja, ja, da ist das in der Serie eine, ist das tatsächlich, das müsste ich mal nachschauen, das interessiert mich wirklich, äh, wenn ich jetzt so drüber spreche, ist das eine schwedische Firma? Also es sind irgendwie vier Schweden, die irgendwas mit Pirate Bay, oder weiß ich nicht, irgendwie so heißt das, ob das wirklich so ist, oder ob die das einfach nur so... Pirate Bay, da wurden Filme, glaub ich, getauscht, ne? Ja. Ja, wie gesagt, also ganz viel gefährliches Halbwissen, war jetzt mehr so aus der Erfahrung raus, was ich sehr, sehr spannend fand, irgendwie, auch diese Abläufe, diese Verhandlungen, äh, Verhandlungen, die dann quasi die Spotify-Seite mit den Rechteinhabern geführt haben, die gesagt haben, das ist unser Katalog und da stehen auch unsere Gebühren drin, ne? Und diese Gebührenverordnung, die aber halt einfach 30 Jahre alt war oder 20 Jahre alt war und die unter ganz anderen Umständen ja damals, da ging's dann um, ähm, das Ehrenfeld Tanzorchester Schweden, äh, hinter Tupfingen spielt halt den Song Samstagsabend in einer Fernsehshow, so, ne? Das ist ja eine ganz andere Grundlage, als, äh, irgendeiner, ähm, streamt den Song auf dem Handy oder auf dem, äh, damals ging's ja noch nicht um Handys, sondern da ging's um eine Desktop-Applikation, also, äh, am Rechner halt. Ähm, ja, aber ganz witzig, auch diese Entwicklung des Players, er wollte unbedingt, dass es weniger als 0,2 Sekunden Bufferzeit gibt, dass es sich so anfühlt für den Nutzer, du drückst auf Play und es spielt. Und der Song startet direkt. Genau, äh, weil damals diese Generation, ja, diese Download-Generation war, oh, ich möchte den und den Song haben, also wurde er gesucht, auf Download geklickt, dann dauerte das, keine Ahnung, zwei, fünf, zehn Minuten und dann konntest du den Song hören. Und das wollte er halt nicht, er wollte drauf und, äh, äh, das ist los. Geht direkt los. Also wirklich interessant, äh, irgendwie, wenn man, wenn man mal, äh, gut, jetzt haben wir gerade ja gefühlt den goldenen Herbst irgendwie mit, mit 22 Grad oder so, aber wenn mal wieder ein paar Regentage jetzt kommen, im, äh, im November oder so, ist das auf jeden Fall eine, eine dicke Empfehlung von mir, sich das mal reinzunehmen. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Klingt sehr spannend. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt, wie es weitergeht, die nächsten, äh, die nächsten Folgen. Ich werde berichten. Ja, ist ja immer toll, so hinter die Kulissen zu gucken. Und wenn ich überlege, ich hab zu der Zeit ja auch, ähm, zwar im Bereich Comedy, aber auch mit, mit solchen Leuten zu tun gehabt, auch mit den, mit den oberen Leuten von Sony und von, von Universal. Und wenn man sich so mit denen unterhalten hat, wie damals schon die Beobachtung war, dass die CD-Verkäufe immer mehr einbrachen, da war eine Zeit lang, war DVD noch das nächste Medium, speziell im Bereich Comedy, weil man dann die Live-Shows noch verkaufen konnte, die liefen ja ganz gut, ne, damals die ersten Shows von Mario Barth aus dem Olympiastadion und so weiter, das waren ja Megashows auf der zweiten DVD und auf der ersten DVD ist übrigens Musik von mir zu finden. Hast du dafür nicht auch einen Preis bekommen, mein Lieber? Ja, ich habe dafür goldene Schallplatten an der Wand hängen, aber im Nebenraum. Ähm, ja, geschenkt. Da ist auf jeden Fall Musik von mir drauf, aber das, das war so damals so das Ding, wo noch richtig was verkauft wurde, DVDs, ne, weil damals gab's eben, Videostreaming gab's noch nicht und die Rips von DVDs waren auch nicht so einfach herzustellen, dass man die irgendwo downloaden konnte und deswegen war das damals das nächste Ding, aber da deutete sich am Horizont schon an, pass mal auf Streaming, die Leute, vor allem die Plattenfirmen, müssen darauf reagieren, weil sonst haben die irgendwann gar kein Geschäft. Und ich glaube, wenn die Plattenfirmen damals, wenn die, wenn die CD-Verkäufe nicht eingebrochen wären, dann wäre die Verhandlung mit Spotify eine andere gewesen, weil dann hätte Spotify nichts in der Hand gehabt. So haben die jetzt ein bisschen Geld in der Hand gehabt für ein Thema, wo, wo die Plattenfirmen sowieso kein Geld verdient haben, nämlich im Online-Bereich mit Musik. Wenn die, wenn die Plattenfirmen aber genauso viel Geld wie vorher mit CDs verdient hätten, hätten die gesagt, warum soll ich das machen? Warum soll ich meine Musik für den Streamingdienst verschenken? Und so muss die Argumentation wahrscheinlich von den Spotify-Machern gewesen sein, wenn du von mir nicht die 0,2 Cent für deinen Song haben willst, dann lädt sich irgendein Kit draußen für 0 Cent runter. Die zwei, ich weiß nicht, was die denen damals geboten haben, vielleicht haben sie das schon verraten damals oder in dieser Doku, aber die haben auf jeden Fall mit einem, mit einem kleineren Scheck wahrscheinlich gewedelt, aber immerhin mit einem. Und diese ganze, diese ganze Abmahn-Hysterie, die ja dann auch da hinten dran hing, wo sich Scharen von Anwälten wirklich eine goldene Nase verdient haben, weil irgendwelche Kids ohne das Wissen ihrer Eltern irgendwo Songs runtergeladen haben und so weiter und so fort. Und dann kommt so eine Rechnung über 1000 Euro, die du noch nicht mal wegschmeißen kannst, weil die ist jetzt mal bitte zu bezahlen. Das war ja quasi, das war ja quasi die Handyrechnung 2.0. Ich erinnere mich an die Zeiten ganz am Anfang, als die Handys gerade kamen, wo dann Leute irgendwie Handyrechnungen von 1000, 2000, 5000 Euro hatten. Einmal mit Hongkong telefoniert haben oder als dann das Datenvolumen plötzlich aufgebraucht war und man dann irgendwie pro Kilobyte noch zwei Euro bezahlt hat und dann in zwei Stunden. Ich weiß noch, wenn man bei den ersten Smartphones sozusagen oder ja, bei der Übergangsphase, wenn man auf diesen Knopf gekommen ist, wo man dann in den Webbrowser, der hieß ja meistens auch Web der Knopf oder so, kennst du dich auch noch, wenn man da aus Versehen draufgekommen ist und dann so voll panisch irgendwie das Handy, Akku rausgenommen hat und weggespitzt hat, so, ja genau, scheiße, ich bin ruiniert, ich bin pleite. Und wieder 40 Euro durchgejagt. Ja, genau, bin aus Versehen draufgekommen. Ich wollte doch nur Snake spielen. Eine Sache, gar nicht spoilern, aber dann höre ich auch auf zu spoilern, was die Serie angeht, wo du jetzt die Verhandlungen angesprochen hast. Witzigerweise, muss ich ganz ehrlich sagen, der Gründer von Spotify wollte und hatte jetzt drei Staffeln, drei Staffeln, drei Folgen dafür gekämpft, dass die Musik niemals hinter einer Paywall versteckt ist. Okay. Genau. Heißt also, auf jeden Fall, aber wie funktioniert das Geschäftsmodell dann, wenn, also ohne Paywall kein Geld, ohne Geld kein, ich meine, wie? Also sie haben ihn, äh, Spotify, oder? Ja, okay, ein Nebensatz noch, sie haben ihn dann im Team überzeugt, vor allem die Anwältin, ähm, dass es eine Paywall geben muss, aber dass diese Paywall nicht für die Musik ist, sondern für Funktionen. Mittlerweile ist das ja so. Idee. Genau, mittlerweile ist das ja auch so, ähm, ich bin zum Beispiel kein Spotify, ähm, User, also ich hab, also ich bin Spotify-User, ja, aber ich habe einen kostenlosen, einfach nur einen Account, bezahle dafür nichts. Ja, ich auch. Das heißt, du kannst ja theoretisch gesehen auch alles anhören, nur eben mit Werbung. Ne? Ähm. Ich bin da so selten drin, dass ich das irgendwie beobachtet habe, ob da Werbung geschaltet wird oder nicht, ja. Ich benutze das auch nur, weil ich, äh, quasi meine, meine Referenz-Playlist, also alle Titel, äh, die ich halt gemastert hab, ich hab da so eine Master-by-Soyer-Mastering-Playlist, ähm. Steht übrigens in den Shownotes, nur dass ich's mal erwähnt habe, schon seit Wochen. Haha. Perfekt. Liegt da mal drauf, da ist ganz viel, da ist wirklich viel tolle Musik drin, also, äh, nicht jetzt wegen der Master, auch, aber, äh, nein, Quatsch, wirklich viel tolle Musik drin. Das kann ich nur bestätigen, also lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen, na. Ähm, und deswegen nutze ich Spotify eigentlich nur, ähm, weil ich hab einen bezahlten Account bei, bei, ähm, Amazon Music, ähm, deswegen hab ich da dementsprechend nicht und du kannst dann halt Musik hören, du kannst aber dann auch nur, weiß ich nicht, pro Stunde irgendwie eine gewisse Anzahl an Tracks quasi anklicken und hören und dann kommst du automatisch wie in so ein Radio, sag ich jetzt mal, wo dann zwischendurch andere Songs und dann kommt der Song, den du dann hören wolltest oder sowas. Ah, okay, verstehe. Ähm, genau. Ja, aber ist ja, ist ja mehr als legitim, ne. Ich mein, viele Leute beschweren sich, dass Musik über, über solche Streaming-Dienste entwertet wurde und ich bin auch so ein bisschen der Meinung, dass es verschiedene Dienste gibt, die den Wert von Musik deutlich runtergesetzt haben. Da gehört auch YouTube zu, da gehört auch Spotify und die Streaming-Dienste dazu. Auf der anderen Seite haben sie das Medium demokratisiert, die Musik. Das heißt, man ist nicht mehr abhängig von großen Publishern. Das heißt, wenn ich heute meinen Song rausbringen will, dann muss ich halt eben nicht mehr bei Tom Bohnen von Universal anrufen und fragen, ob er mir einen Plattenvertrag gibt, sondern ich kann meinen Song einfach raushauen und fertig ist die Laube. Das heißt, auf der einen Seite die Vorteile für ganz viele Künstler, die ihre Musik an die Leute kriegen können oder zumindest veröffentlichen können, ohne dafür Hilfe zu brauchen. Auf der anderen Seite natürlich dann der, ja, der Leberhaken in den Wert der Musik quasi, denn was verdient man heute pro Stream? Zwei Cent? Nein, nein, nein. 0,0003, glaube ich. 0,000, ich glaube, drei Nullen hinterm Komma. Ja, ja, ja. Da siehst du mal, wie viele Streams du überhaupt brauchst, um überhaupt mal einen Euro rauszukriegen bei der ganzen Geschichte. Und von daher, ja, ich meine, Taylor Swift wird es egal sein. Die freut sich dann über die Zahl. Hey, wieder ein Rekord aufgestellt und das neue Album soll super sein. Ich habe noch nicht reingehört, dieses Night. Meine Tochter hat es gesagt, wäre eine Sensation. Im Spiegel stand sogar ein Bericht darüber, das ist eine super, hat eine super Kritik gekriegt. Deswegen meine Aufgabe für dieses Wochenende mir das neue Taylor Swift Album anzuhören. Ein bekannter von mir hat er mitproduziert bei drei Songs, glaube ich. Ein bekannter von mir hat er mitproduziert bei drei Songs, glaube ich, hat er mitproduziert, genau, der Dominik. Ja, mega, mega. Und apropos mitproduziert, nächste Woche, also jetzt, heute ist ja Sonntag. Nein, heute ist natürlich Freitag, aber du hörst das ja ab Sonntag. gibt es einen Livestream im Recording-Blog. Tatsächlich. Und da werde ich was ganz Spannendes machen, denn die Kollegen vom The Producer Network haben einen Workshop aufgesetzt oder eine Masterclass, oder wie man es nennen möchte. Auf jeden Fall Songwriting mit Nico Santos. Und für alle, die Bock haben, dabei zu sein und jetzt schon den Podcast hören, tragt euch auf jeden Fall den Donnerstag schon mal ein. Ich verlinke das dann unten nochmal in den Shownotes, wann und wo es genau stattfindet, der Livestream. Denn ich werde dann vor der Kamera, werde ich mir diesen Kurs kaufen und dann werden wir zusammen reinsneaken und reingucken, was es denn da alles gibt. Weil Nico Santos beim Songwriting und seinem Team über die Schulter zu schauen und mal in einen wirklich aktuellen Chart-Hit reinzuhören. Ich meine, man kann bei mir im Premium-Bereich natürlich auch extrem viel gute Musik finden. Hochprofessionell aufgenommene Musik, alles aus allen Genres, die du abmischen kannst, lernen kannst und so weiter und so fort. Deswegen, ich will mein Angebot gar nicht kleinreden. Aber jemandem wie Nico Santos und seinem Team über die Schulter zu schauen, ist vielleicht nochmal was anderes Cooles. Das heißt, wenn ihr schon Premium-Mitglieder sein solltet, danke. Und schaut am besten Donnerstag mal rein. Wenn ihr noch nicht Premium-Mitglieder sein solltet, gönnt euch das auf jeden Fall und schaut auch am Donnerstag rein. Und dann schauen wir zusammen rein in diesen Kurs, den die Kollegen vom Producer-Network aufgesetzt haben und schauen mal, wie Nico Santos das angeht, was da an Wissen vermittelt wird und wie viel man davon mitnehmen kann. Ich glaube, der Kurs kostet 99 Euro, über viereinhalb Stunden Videomaterial da am Start und man guckt wirklich bei einem aktuellen Chart-Hit den Jungs über die Schulter. Bin ich schon sehr drauf gespannt und würde mich freuen, wenn einige von hier vom Podcast auch mit rüberkommen und Lust haben, dabei zu sein auf jeden Fall. Vielleicht hast du ja auch Bock, dabei zu sein. Björn, kannst ja mal gucken, ob du da Zeit findest am Donnerstag mir mal beim Livestream quasi bei einer, wie nennt man solche Videos? Reaction-Videos? Ich glaube, Reaction-Video nennt man das. Jonas W. reagiert auf Nico Santos. Ja, JW Reaction to Nico Santos, Masterclass. Klingt doch großartig. Also ich bin deiner nicht dabei, weil wie du weißt, bin ich ja ein fleißiges Bienchen und muss Donnerstagabends immer knapp 50 Leute dazu bringen, das Richtige zu spielen. Nach deiner Nase zu tanzen. Auch das, auch das. Da gestern Donnerstagabend war, kann ich sagen, das funktioniert auch teilweise sehr gut. Okay, dann pass auf, dann verrate uns doch bitte noch, bevor wir gleich noch zum Abschluss kommen, welche Knaller habt ihr denn gestern gespielt auf der Probe? Gestern auf der Probe? Wir haben gespielt gestern Sax, Wind & Funk zum Beispiel. Sax, Wind & Funk, also nicht Sax, Wind & Fire. Genau, aber angelehnt daran. Also das ist ein Medley, es ist für einen Saxophon-Satz-Solo, also für die gesamte Saxophon-Section. Das heißt, es geht los mit September, dann Spinning Wheel und was ist denn da noch drin? Birdland ist noch drin. Okay. Ich glaub die drei Titel. Da haben wir noch einen Bassisten mit an Bord, der dann dieses Obertone-Solo spielt. Nee, das ist da nicht drin. Das ist da nicht drin. Aber wir haben eh Bassisten, ja, genau. Ja, das ist schon ein fantastisches Orchester, was ich da dirigiere, mit knapp 60 Musikern. Wow. Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Dann haben wir noch ein schönes Frank Sinatra Hits Medley gestern auch gemacht. Mit dem Sänger oder ohne? Nee, das machen wir instrumental. Aber wir machen jetzt in diesem Jahr beim Konzert mit einer Musical-Gruppe zusammen, die mit knapp zehn Leuten dann dabei sind. und da machen wir ein richtig, richtig fettes Medley vom Godmaster of Musical von Andrew Lloyd Webber mit all seinen Hits. Da bin ich schon sehr gespannt. Guck mal in die GEMA-Datenbank, der steht da auch mit drin. Beim Schreiben von Smoke on the Water. Er war nämlich auch da, als die Purple am Genfer See gesessen haben und gesehen haben, wie das Studio von Frank Zepper abgeraucht ist auf der anderen Seite vom Lake. Ah, okay. Ja, wusste ich tatsächlich gar nicht. Interessant. Ich habe mir den Spaß mal gemacht und reingeschaut in die Leute, die daran beteiligt gewesen sind, bei der GEMA eingetragen sind. Und tatsächlich lese ich so die ganze Liste durch, wer alles so da gewesen ist und wer alles beteiligt war an dem Song. und lese ich so, Andrew Lloyd Webber, was? Smoke on the Water? Jetzt habt ihr mir alles kaputt gemacht. Und dann Jesus Christ, Superstar. Das übrigens vor 40 Jahren, glaube ich, hier in Münster zum ersten Mal aufgeführt wurde. Auch schon lange her, ne? 40 Jahre, 50 Jahre vielleicht sogar schon. Andrew Lloyd Webber ist ja auch wirklich schon lange dabei. Und ich hatte ja wirklich, für mich persönlich, ich will da jetzt nicht despektierlich sein, weil es ist ja extrem erfolgreich, aber für mich ist ja der Dieter Bohlen der Musicalwelt. Ich bin da mehr bei den klassischen Musicals, sag ich dann mal, also Bernstein und Konsorten irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall mega erfolgreich und Cats ist ja nun wirklich, das war ja ein Ding, wo man wirklich sagen muss, alles klar, Alter. Da hast du jetzt die Latte auch nochmal neu hochgelegt und das Musical nochmal ins neue Jahrtausend geholt oder ins neue Jahrhundert war es dann dementsprechend. Ja, Respekt auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, coole Mucke. Lloyd Webber Special. Du, äh, coole Mucke haben wir da auf jeden Fall am Start. Copacabana haben wir auch noch gemacht gestern. Ah. Da sitzt du aber dann nicht am Schlagzeug, oder? Nein, du musst ja dirigieren. Das ist ja das Problem. Aber da habe ich genug fähige Leute sitzen und stehen, die das hinbekommen. Hast du auch einen, der die ganze Zeit macht? Das ist die Cuica, heißt ja das Instrument. Die Cuica, die haben wir noch nicht, aber ich überzeuge gerade das Orchester, dass wir das unbedingt anschaffen müssen. Die Cuica. Vielleicht noch ein kleiner Anspieltipp. Ich habe neulich aus Versehen, warum auch immer, auf irgendeinem bummeligen Mittwoch mal vorm Fernseher gesessen und hatte aus Versehen TV Total an mit dem fantastischen Sebastian Puffpaff, der das wirklich großartig macht. Kennt ja TV Total noch aus Stefans Zeiten. Bin da auch ganz oft gewesen mit den Künstlern, mit denen ich unterwegs gewesen bin. Und der Sebastian Puffpaff macht das auch ganz großartig. Und mein Sohn saß zufällig neben mir. Und dann wurde gerade so ein Schnipsel eingespielt von unserem Olaf Scholz, wie er neben Macron hergeht und ein bisschen lacht. und er lachte irgendwie, ist ganz komisch, aber es war so alte TV Total Tradition, dass man aus irgendeinem Schnipsel Musik macht und er lachte irgendwie so ganz komisch irgendwie und dann ging er zu dem Percussionisten rüber und der holte genau diese Kuka raus. Cuica. Ja, Cuica holte dann sein nasses Läppchen raus, das man ja braucht für diesen Stab. Also man muss sich vorstellen, so eine Tonne mit so einem Fell drauf, an dem Fell ist so ein Stab und der Stab wird mit einem nassen Lappen gerieben. Und dann kam halt auch dieser Und dann hat die Band, die Heavytones haben dann gespielt irgendwie und dann wurde quasi dieser Clip vertont. Das war fast wie früher, als Stefan aus Maschendrotz mal wieder einen Hit gemacht hat oder so. Gerade in der lateinamerikanischen Musik gibt es schon echt extrem interessante Percussion-Instrumente teilweise. Also das ist, ja, es ist immer interessant, gerade wenn man das auch im Orchesterrahmen oder so in der Big Band oder so hat und dann die Percussionisten dann irgendwie fragen, was ist denn das überhaupt? Was ist denn Cuica? Ich habe noch nie gehört. Ja, und dann stehst du da als Dirigent vor 60 Leuten und machst Uhuhuhu und alle gucken dich an. Sag mal, ist der jetzt komplett irgendwie gegen die Wand gelaufen oder was ist da jetzt los? Aber ich habe eine Sache total vergessen und zwar habe ich ja am Ende des letzten Podcasts, habe ich ja voll den Cliffhanger gemacht. falls du dich noch erinnerst bei dir im Studio und ich habe tatsächlich die eine oder andere Nachricht bekommen irgendwie mit so richtig krassen Boah, was passiert denn jetzt? Und jetzt verrate doch mal, ich kann da nicht zwei Wochen drauf warten und jetzt brauchen wir fast eine Stunde, um da mal irgendwie drüber zu sprechen. Aber vielleicht... Stopp, bevor du es verrätst. Also ich erzähle, ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass die zärtlichen Cousinen mit Atze Schröder und Till Hoheneder ich glaube in den ersten 50 Folgen den Cliffhanger auch immer gesetzt haben, aber nie aufgelöst haben, weil die Zeit einfach abgelaufen war. Dann machen wir das jetzt auch so. Dann sagen wir, wir verschieben den Cliffhanger dann auf nächste Woche. Nee, übernächste Woche. Wir machen so lange Cliffhanger, bis wir auch mal, bis wir nicht nur drüber sprechen, sondern auch mal was vorzeigen können, Jonas. Da müssen wir ja auch erst mal ein bisschen in die Bringschuld rein. Verdammt! Na gut, alles klar. Aber wie gesagt, das müssen wir dann leider auf nächstes Mal verschieben, weil unsere Zeit schon wieder abgelaufen ist. Ah, mein Gott. Wer hat an der Uhr gedreht? Genau. Ist es wirklich schon so schwer? Ja, die Stunde ist schon wieder um. Ich bedanke mich für deine Zeit auf jeden Fall, mein lieber Björn. Das war wieder ein großer Spaß hier. Wir beiden zusammen im... Ich habe gerade schon überlegt, wie ich den Titel mache. Björn und Jonas im Transient Express. Oh. Da, da, da. Wir haben ja genügend über Transienten gesprochen. Orient Express, Transient Express kann man ja, glaube ich, mal machen. Auf jeden Fall bedanke ich mich, schicke schöne Grüße nach Holtwig in die goldenen Räumlichkeiten der goldenen Ohren von Holtwig und sage, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, übernächste Woche auch wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlüter sagt, wir haben da noch eine Überraschung, die wir irgendwann auflösen werden. Alles klar in dem Sinne. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen und wenn es euch gefallen hat, schreibt es mal unten in die Shownotes, in die Kommentare rein oder bei YouTube und so weiter. Abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder zum nächsten Podcast hier, DAW Versteher. Björn und Jonas sagen Tschüss. Ciao. Ah, nächstes Mal da mit Kaffee. Yeah, voll geil. Freue mich, mega. Ja, Frau Meyers Mischung. Ich bin schon total gespannt. Wirklich total gespannt, ey. Bis zum nächsten Mal. Sать.